Also wie du dazu gekommen bist, zum Rauschgift, wie du dazu gekommen bist, dir Heroin zu schmitzen? Von Heroin Rauch? Wo hattest du mit 14 denn die Kohle her? Von meiner Mutter. Nee, später ja, aber anfangs habe ich noch immer erzählt, ja Mama, ich brauche Geld für Schminke, Schuhe, ich weiß nicht, was habe ich sonst, Wandertage auch oft. Wandertage? Ja, damals in der Schule. Aber sie hat's mir halt immer abgekauft und ihr hat's auch nie wehgetan. Und ganz ehrlich, die Kassierer... Habt ihr nicht irgendwas von Geld gesagt? Ähm, ja, wir haben sie gefragt. Ja, das nicht sie, nicht sie, das Geld gibt für diesen Film hier. Ja. Wo ist das, wo ist das? Nee, du redest kein Wort weiter, bevor ihr 50 Euro auf dem Tisch legt. Ich weiß es nicht, ich glaub nicht, dass ich 50 Euro... Du glaubst nicht, dass du 50 Euro hast? Du glaubst nicht, dass du 50 Euro hast? Wieso sind wir hier? Steck auf! Ey, das gibt ja überhaupt... Bisschen Money! Sack!